Hallo und herzlich willkommen zurück zu Harzmedicine Hospital Heat. Ja, wir reden nicht lange drum herum, sondern machen jetzt einfach weiter. Aktiver Dienst. Sammle 30 Herzen durch das Spielen von Minispielen. Oh Gott, ich hasse es. Da kommen bestimmt ganz oft diese Bilder drin vor. Wenn das jetzt wieder nicht funktioniert, dann drehe ich durch. Es ist nur, manchmal fühle ich mich beinahe unsichtbar. Als wäre ich ein Nebendarsteller in einem lustigen Spiel, bei dem die Autoren stets vergessen, dass ich existiere. Klar, sie haben mir ein paar Zeilen Dialog gegeben, dieses Mal. Aber ich mache nie etwas Bedeutendes. Also, was meinen Sie, Doc? Also, ich denke, dass unsere Zeit um ist. Das ist ja eine tolle Antwort. Ja, super. Das hat dem bestimmt mega geholfen. Gut, dann würde ich sagen, machen wir den letzten Stuhl noch eben schnell. Und das Restliche müssen wir dann wahrscheinlich sparen, je nachdem, wie viel wir kriegen. Okay, wir müssen doch keine Minispiele machen. Oder muss ich die... Achso, die muss ich nebenbei machen. Kann das sein? Oh Gott, nein, hoffentlich nicht. So, du gehst runter, du gehst dahin. Für dich brauchen wir das nochmal. Zack, zack, zack. Du kommst dahin. Du gehst dahin. Zack, Kaffee. Oh, ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es. Okay. Ähm. Es muss auch richtig rum sein. So. Einmal, zweimal, dreimal. Oh, sah. Du gehst dahin. Tu dahin. Tu dahin. Zack. Du passierst mal eben ab. Ich hier alle umsetze. Zack, zack, zack. Das auch. Äh, wieso habe ich nur noch drei? Hä? Okay, ich kann jetzt keine vier mehr auf einmal nehmen. Das habe ich jetzt zu spät gesehen. Ja, mach das mal mit dem Keks. Mhm. Du gehst dahin. Da müssen wir uns zum Kümmern. Du nach unten. Oh mein Gott, da sind schon wieder neue Bücher. Äh, Keks, Keks. Achso, ich habe das noch nicht abgegeben. Nein, ich habe noch keinen Keks. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Du gehst dahin. Dich kassier mal schnell ab zwischendurch. Beziehungsweise euch. Das, das, das. Hat die das jetzt noch angenommen? Immerhin konnte ich noch auf die Couch klicken. Nein, sie ist natürlich nicht hingegangen. Ach, ich liebe es. Ähm, gut. Das, 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 das. Dann die beiden Sachen. Ui, okay. Du gehst dahin, du nach unten, du auf die Couch, Tee, Kaffee, eins, zwei, drei und dann Kekse. Du dahin. Zack, Kekse, das noch holen. Oh, das, das, das. Du Couch, du dahin. Erst mal abkassieren hier. Tut mir leid, Leute. Also das, 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 das. Ich weiß nicht, wie viel ich hier speichern kann, aber... Nein, genau, andersrum. Andersrum. Nein, mach das! Oh mein Gott. Okay, rein mit dir, rauf mit dir. Zack, du nach da, du auf die Couch, Tee, zwei Wusas. Du kannst nach unten, du kannst nach oben, du kannst nach da, du auch. Wir kassieren mal eben ab. Ähm, das rüber. So, zweimal das, 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 du gehst runter, du dahin, du dahin, zack, zack, zack. Die beiden Bücher. Du kannst nach der Zeit dahin, die beiden dahin. Nicht die beiden, sondern der einzelne dahin, aber egal, ich werde hier gerade ein bisschen durcheinander, ich merke das schon. So, Moment, jetzt haben wir hier zwei von, die, der, zack, zack, zack. Und du gehst nach unten? Ähm, lass das so, lass das so. Du gehst nach oben, du Couch, du auch Couch. Bei dir können wir was machen. Oh mein Gott, okay. Ja, so. Die hat er wieder nicht angenommen für die Couch. Das, das, du dahin, zack. Du runter, du dahin, du, oje, oje, oje. Ich hab, ich weiß immer noch nicht, war jetzt der Hamster schon da? Oh, ich hab keine Ahnung. Ich hab Oliver zumindest nicht gehört, meine ich. Okay, doch. Jetzt hab ich ihn gehört, jetzt hab ich ihn gehört. Wo ist er? War das gar nicht Oliver? Ich weiß es nicht. Jetzt bin ich hier die ganze Zeit wegen Oliver am Gucken und krieg ja gar nichts mehr hin. Ah, halt, halt. Ich hab dich gehört, ich hab dich gehört. Wo bist du? Nicht dein Ernst. Ich seh ihn nicht. Ich hab ihn gehört, aber ich seh ihn nicht. Oh. Ja, schnell mit denen reden, komm. Äh, du nach oben, du nach unten. Du dahin. Ich krieg zu viel, ich krieg zu viel. Das, das, Keks, dahin, du dahin. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Du dahin. Das, das. Ja, 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 ja. Wir müssen dieses dämliche Bild jetzt erstmal machen. Äh. So, du hast, glaub ich, die wenigsten Herzen. Kaffee, zack. Du runter, du dahin. Du dahin, du dahin, Kaffee. Hä? Ich hab doch grad eben einen Kaffee gemacht. Ist das schon wieder ein neuer? Ja, komm, komm, komm. Komm. Äh, einmal drehen, einmal drehen, einmal drehen, einmal drehen. Ich hab gesagt, du sollst da oben hingehen. So. So, das geht schneller. Hoffe ich zumindest. Das ist... So. Darüber, darüber, abkassieren. Das. Usa. Und da. Ah! Aber ich hab Oliver gerade eben echt nicht gesehen. Ich hab ihn gehört, ja. Aber keine Ahnung. Ich hab ihn nicht gesehen. Und die Herausforderung... Ich hab gar nicht, äh, mehr im Kopf, was die Herausforderung war, ehrlich gesagt. Ach so, so viele Minispiele wie möglich abschließen, ne? Oh, da ist sie ja. Chance? Ja, zur Stelle. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das darfst du frei wählen. Ist unser Gespräch vertraulich? Das ist es. Okay. Gott sei Dank. Chance, hilf mir bitte. Ich hab's gerade echt gedacht. Wobei das natürlich... Ne? Also, er könnte ihn damit umbringen. Chance? Chance? Was tust du denn da? Chance? Hilfe! Oh je. Oh, scheiße. Also, ich lach jetzt, aber das ist natürlich bitter ernst. Äh... Ist es normal, dass ich nach einem traumatischen Erlebnis derartige Träume habe? Es war ein Traum? Oh ja, tut mir leid. Das hätte ich wahrscheinlich anfangs erwähnen sollen. Hoppla. Okay, jetzt kann man wirklich drüber lachen. Okay. Emilies Kantine Übernahme. Oh nein. Die bestellen zweifach und dreifach. Oh je, oh je. Das war doch schon vorher schlimm genug. Äh... Äh... Das sind die und das. Dass man nicht irgendwie automatisch so doppelklicken oder so. Das wäre auf jeden Fall gut. So das und das. Und das. Muss ich da die Unterseite? Oh nee, ne? Oh, ich weiß schon gar nicht mehr, wie das geht. Okay, dann brauche ich die zwei. Die gehen dahin. Ja, 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 ja. Ich habe halt keine Zeit jetzt gerade. Ich kann doch nichts dafür, wenn die Leute nicht aufstehen. Die müssen ja erstmal essen. So. Tablett. Äh... Kaffee, Kaffee, Kaffee. Da. Du setzt dich schon mal da hin. Ihr kommt doch bestimmt gut miteinander aus. So. Ähm... Ach ja, ja, ja. Ich habe vergessen, wie das mit dem Kaffee ist. So. Das brauchen wir. Einmal für sie. Einmal das. Einmal das. Einmal das. Irgendjemand hier möchte hier hin. Äh... Abkassieren. Was will der denn hier noch? So. Das. Das. Der möchte eins davon. Das. Und das durften die sein, nehme ich mal an. So, Leute. Ich sehe überhaupt nicht mehr, wo eure Herzen sind hier. Abkassieren. Zack. So. Das. 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 Und das. Und das. Und das. Ist das falsche. Verdammt. Das, 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 das und das. Das will sie haben. Oh. Oh. So. Da hin. Da hin. Kaffee. Oh, Leute. Was wollt ihr alle? So, so. Äh, Tee. Für dich. Okay. Oh, je, oh, je, oh, je. Ach, ich hab ja noch einen drin. Ähm, da brauchen wir noch zwei von. Einmal für sie, einmal für sie und dann schnell abkassieren. So, der nächste, der sitzen will. Zack. Okay. Gott, 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 Gott. Muss die auffüllen? Wie fülle ich die? Ach so, damit. Genau. So, das, das, das. Den hab ich auch schon. Das. Das. Oh, setz dich doch hin, Mann. Äh, du das. Das, das, dafür. Du kannst dich hinsetzen. Äh, Toast und Ei. Nein. Och, ja, die nimmt das ja auch nicht automatisch, wenn sie es macht. Das ist so ätzend. Weiter, 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 Leute. Da brauchen wir noch eins. Noch einen Kaffee. Da brauchen wir übrigens zwei von, nicht nur eins. Zack, 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 zack. Die kommt es mal hier unten hin. Törtchen, Törtchen. Dahin. Ähm. Der bekommt das. Einmal einen Kaffee. Dafür, abkassieren. Oh, mein Gott. Okay, sie braucht noch das. Warten wir mal einen Moment. Und tschüss. Emily, wir müssen hier raus. Aber ich mache doch gerade einen Schokoladen-Soufflé. Du hast die Wahl. Entweder verbrennt das Soufflé oder wir. Was? Was? Ja, dann machen wir auf jeden Fall noch eins heute. Und zwar den Neuanfang. Liefere alle Bücher so schnell wie möglich aus. Ach du meine. Ich unterbreche doch keine wichtige Lektüre, oder? Nein, überhaupt nicht. Alison, was kann ich für dich tun? Ich wollte nur wissen, ob du schon eine Entscheidung bezüglich meiner Arbeitserlaubnis getroffen hast. Ich möchte wirklich wieder arbeiten. Mir fällt zu Hause die Decke auf den Kopf. Wie wäre es mit einem Kompromiss und du arbeitest in der nächsten Zeit für mich? Ich könnte deine Hilfe gut gebrauchen. Wunderbar. Vielen Dank. Das wirst du nicht bereuen. Okay, dann fangen wir mal an, ja? Okay. Die Couch haben wir ja noch nicht gemacht. Also würde ich mal sagen, verbessern wir die. Ja, und dann haben wir nichts mehr, was übrig bleibt. Dann lasst uns mal loslegen. Neuer Artikel. Das ist immer schlecht. Darf die denn überhaupt in der Psychiatrie arbeiten? Ich meine, sie ist ja eigentlich Ärztin, ne? Also das ist ja jetzt nicht psychologische Kraft. Okay, wisst schon, was ich meine. Ich bin jetzt gerade etwas abgelenkt von den neuen Sachen. So, du gehst noch da oben. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber das kriegst du. Wie fülle ich die denn auf? Walte das Faxgerät im Auge und achte auf eintreffende Rezepte, wollte ich gerade sagen. Eintreffende Faxe. Wie fülle ich dich auf? Ich weiß es nicht. Oder sind, achso, da sind das die Faxe, die reinkommen. Ne, also man kann es zumindest so nicht auffüllen. Ich weiß jetzt nicht. So, du gehst da hin. Zack, zack, zack. Und dann muss ich die ja auch mal irgendwann machen. Pfeil und Bogen nach links. Du nach unten, du nach oben, Spinnenduch, wenn du schon mal da oben stehst. Und das. Einmal das, einmal das. Liefere die Bücher so schnell wie möglich aus. Weil die Bücher... Ich weiß es immer noch nicht. So, das, das. Okay, dann versuchen wir, die mal hier wegzukriegen. Das, das. Äh. Das war dafür. Du kannst auf die Couch. Du auch. Oh, ich höre ihn, ich höre ihn, ich höre ihn. Wo ist er? Da, nein, nein, ich habe doch drauf gedrückt. Du Arsch. Achso, Moment. Oh, das ist doch nicht wahr, oder? Ich habe extra noch auf Oliver gedrückt. Mann, ey. Ja, du sollst dich immer noch um die beiden kümmern. Ja, ich weiß, wir haben keins. Ähm, du brauchst dringend... So, ihr beide könnt mal tauschen. Du dahin, du dahin, du runter, zack. Zack, zack. Und danach musst du erst mal abpassieren. Also hier ist irgendwie gerade totaler Stau. Ich weiß auch nicht. Ähm, du Couch. Du auch Couch. Ihr beide könnt tauschen. Zwei davon. Zack, zack. Ihr tauscht. Ui, 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 ui. Okay, ähm, du dahin, du Couch. Du runter. Um euch kümmern wir uns noch. Faxgerät, scheiße. Fax, Fax, Fax. Nein, ich habe es nicht mitgenommen. Aha. So, Moment, runter. Gut, dahin. Ihr beide könnt tauschen. Da, da warst du schon wieder. Ich habe es genau gesehen. So, da, da, da. Oh, Leute, ernsthaft? Ach nee, das ist, äh, ja, ihr beide müsst tauschen. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ihr könnt auch tauschen. Ui, 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 also heute ist es irgendwie echt grausam. So, jetzt geht ihr doch mal endlich. Nein, du nicht. Ihr sollt jetzt mal auf die Couch kommen hier. So. Einmal das. Dann kann ich das nämlich noch nehmen und den hier wegtun. So. Das. Machen wir die beiden. So. Du gehst nach unten. Ihr könnt tauschen. Ja, tauscht. Doch, tauscht. Ach so, die will dahin. Äh. Die hat es immer noch nicht gemacht. Ich weiß nicht, warum. Okay, ich werde hier gerade wahnsinnig. Ich hoffe, das fällt niemanden auf. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich kriege so eine schlechte Bewertung hier. Ich brauche noch einen Keks. So, du gehst nach da oben. Zack, zack. Dann müssen wir die aber erstmal schnell machen. Äh. Okay. Dann die. Die mit den Büchern. Er geht hier hin. Äh, ihr beide tauscht. Och, ist doch schon wieder ein neuer Kaffee. So, Faxgerät. Nein, ich hab's. Ja, doch. Aber egal. Ähm. Äh, der hat doch seinen Keks, Mensch. Da hab ich doch eben schon draufgeklickt, verdammt. Äh, du dahin. Ihr könnt tauschen. Das machen wir mal schnell. Was hab ich denn jetzt genommen? Das. Das schmeißen wir weg. Faxgerät. Das. Du schnell dahin. Zack. Ähm. Da schnell raus. Ich glaub, bei mir muss die gleich auch irgendjemand rausmachen. Ah. So, du schnell dahin. Du schnell dahin. Mhm. Ihr beide könnt tauschen. Zack, zack, zack. Wusa. Genau. Du Couch. Du Couch. Du rüber. Du Couch. Äh, du kannst nicht mehr auf die Couch, ne? Nee. Hallo. Du solltest den machen. Warum hat die jetzt erst den... Ah. Äh, ihr könnt tauschen. Zack. Zack. Wusa. Wusa brauche ich gerade auch. Okay. Ihr beide tauscht eben. So, das schmeißen wir weg. Ich hab schon wieder einen Fax bekommen. So, das. 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 Zack. Zack. Schnell abkassieren. Du Couch. Couch. das Timing oder verpasst du Noten. Du musst nicht von vorne beginnen. Oh Gott. Äh. Bis bald. Äh. Bis bald. Alison? Hey, Connor. Deine neue Freundin? Ja, so ähnlich. Was für ein Lutscher. Sich direkt eine neue Freundin zu suchen. Beginnen wir mit deiner Beurteilung, Connor. Hm. Viel Glück. Dir auch. Okay. Hulle 30 schnell, Boni. Oh Gott, das weiß ich jetzt schon, dass ich das vergessen kann. Ja. Damit es nicht ganz so chaotisch ist, beziehungsweise ich zumindest nochmal durchatmen kann, mache euch jetzt hier erstmal einen kleinen Cut und wir sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.